Ja, sie guckt mich an. Einfach ein bisschen mitklatschen. Und beim Endentanz, wenn ich da keine Bewegung sehe, dann knallt's. Da kriegt er nichts zu meiner. Ich sag's dem Weihnachtsmann, ehrlich. Schlägt sie? Ja, ist ja gut. Also manchmal ist es ja so, aber Temperament geht in ihr durch. Ist die Mutti da? Ist deine Mutti da? Wo ist sie denn? Ach, da. Da ist die Mutti? Deine Tochter ist ein Temperamentbolzen. Du musst also aufpassen. Aber vielleicht wird sie mal eine ganz gute. Okay, ich will jetzt nicht rummobben. Na ja, kriegt sie noch. Muss jetzt auf die Couch oder so. So, aber jetzt geht's los. Jetzt kommt ein Song für alle. Und zwar ist es wirklich ein Weihnachtslied, Kinder. Ein Weihnachtslied. Das ist schwierig jetzt, ne? Weil das ist ein Weihnachtslied. Ich fragte gestern, habt ihr ein CD-Player? Hallo? Was ist das denn? Ja, selten Rekorder gibt's gar nicht. Nee, gab überhaupt nichts mehr, sondern nur noch Streaming oder was auch immer. So. Aber, und ich bitte euch, dann zeigt das den Kindern mal, dass ihr es noch könnt. Es gibt nur eine Strophe. Wir kennen sowieso nur eine Strophe, ne? Und es ist, ähm, morgen, Kinder, wird's was geben, ja? Ja? Ist ihr klar? Ja. Oh, mein Jungfrauenchor, rechts. Nee, nee, jetzt hier, komm. Ja, nee. Nee, nachher. Nachher am Biertisch können wir alles machen. Gut. Bin ja für alle da. Aber es ist anstrengend. Reicht ja nur, wenn ich für die, für die Temperamentbolzen hier so. So. Also, schön mitsingen, nicht? Zeigt den Kindern mal, weil das ist wirklich ganz einfach. Morgen. Morgen, Kinder, wird's was geben. Morgen werden wir uns freuen. Welch ein Lügen, welch ein Segen, wird in unserem Hause sein. Einmal werden wir noch wach. Heißer Land ist mein Tag. Und nochmal. Morgen, Kinder, wird's was geben. Morgen werden wir uns freuen. Welch ein Jubel, welch ein Segen, wird in unserem Hause sein. Einmal werden wir noch wach. Heißer Land ist mein Tag. Normal. Morgen, Kinder, wird's was geben. Morgen werden wir uns freuen. Welch ein Jubel, welch ein Segen, wird in unserem Hause sein. Einmal werden wir noch wach. Heißer Land ist Weihnachtstag. Und Heißer Land ist Weihnachtstag. Heißer Land ist Weihnachtstag. Da gibt's ein neues Handy und ein Tablet. Alles klar. Ja, manchmal denke ich auch.